Moin Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Und zwar spielen wir heute die erste Folge Rising World. Ja, es ist halt ein Spiel, da muss man halt überleben und sich was aufbauen. Bin jetzt hier schon ein bisschen rumgegangen und hab so einiges erfarmt. Also hier ein bisschen Rippchen vom Schwein, dann ein wenig Speck, Steine, ein paar Blümchen. Und Erde und Holz hab ich. Also ich hab zuerst nicht die Axt gefunden, ich hab gedacht, die muss man sich erst craften, aber die war schon im Inventar drin. Deswegen ist das ganz cool. Ja, jetzt geht gerade, jetzt wird's gerade Nacht. Und ich habe so ein, eine Ziege oder so angegriffen, die hätte mich jetzt fast getötet, kann man jetzt auch unten links sehen. Kaum noch leben und jetzt muss ich noch einen geeigneten Platz, wo ich dann bauen werde, muss ich dann halt gucken, wo ich das, wo wir den Platz finden. Eine Kuh, das sieht auch herrlich aus. Sternenhimmel. So. Ziege. Ein Schaf, oder? Keine Ziege. So, ich würde sagen, hier irgendwo, hier haben wir alles mögliche. Gut. Dann werden wir jetzt mal was craften. Und zwar, wir brauchen eine Werkbank, 18 Holz, nein 16 Holz. Und, was brauchen wir denn jetzt hier? Vielleicht auch erstmal einen Unterschlupf. Stöcke. Aber die, kann man die jetzt so einfach? Okay, Moment. Ich muss mich hier noch reinfuchsen. Ah, hier kann man die einfach so erstellen. Machen wir mal 20. Ist das schon fertig? Tag, ja. Da haben wir es okay. Achso, wir brauchen 32. Ähm. Rohstoffe. Ich glaube, die brauchen wir eh alle. Ups. Hier können wir gar nicht machen, irgendwie. Oder tragen. Ich weiß es nicht. Ach, das ist normales Holz. Stöcker. Oh nein. Zwei, vier machen noch ein paar mehr. So. Okay. Hm, 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 hm. Das Schluck. Bauern. Okay, das müsste jetzt genau hier drin sein. Das ziehen wir mal jetzt hier oben rein. Und, das war die drei. Hm. Ja, wo stellen wir denn das hier hin? Das sieht ja alles scheiße aus. Sage ich jetzt mal hier. Können wir hier irgendwie hinstellen. Ah. Okay. Da kann man jetzt schlafen. So. Genau. So. Der nächste Tag. Gut, wir brauchen noch ein Feuer. Feuerstelle. Ah, können wir auch sofort herstellen. So, das. Ach, das ist schon oben drin. Oh, man sieht ja gar nichts hier. Alles. Okay, kann man damit was machen? Eigentlich so das Fleisch sparten. Hm. Oder kann man das Fleisch einfach so essen? Okay, kann man wohl so essen. Weil ich muss mein Leben ein wenig auffüllen. Wenn wir essen, dann sollte sich das Leben weiter auffüllen. So, hier ist noch ein Schwein. Das müssen wir noch kurz töten. Gib mir dein Speck. Gib mir dein Speck. So, Inventar. Ach, da haben wir ein wenig Speck. Noch mehr Speck halt. Das hier können wir gleich mal essen. Aber ich glaube, das füllt nichts auf hier. So, das haben wir. Das haben wir. Okay, wir brauchen noch mehr Holz. Eine Fackel. Und das ist... Ach so. Eine Halterung. Für die Fackeln. Ach genau, die Werkbank. Die müssen wir auf jeden Fall bauen. Können wir sogar sofort herstellen hier. So, wo ist unser Zell? Da hin. Nicht. Äh. Doch, da. Okay. Mal die Werkbank hier irgendwie hinstellen. Okay, was kann man hier so... Oh, man kann hier noch so einiges machen dann. Waffen. Mhm. Blockwerkbank. Sägebank. Ja, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Da wir dann hier noch Eisen brauchen. Leitern können wir machen. Das Metall auch. Dafür brauchen wir dann auch Eisen. Sowas. Okay, das sieht... Kann man machen. Äh. Was ich suche, sind solche Wände oder sowas. Verschiedenes. Post. Hm, okay. Ah, da haben wir einen Smoker und hier so einen Grill. Ich glaube, da kann man das Fleisch dann auch braten. Waffen. Hilfsmittel. Kompass. Okay, das brauche ich jetzt gar nicht erst. Hm, Werkzeug. Sichel. Nudelholz. Okay. Ein Hake. Ein Hammer. Eine Hake. Okay, viele Auswahl ist hier jetzt auch nicht so ganz. Sichelblatt. Wie stellt man das denn her? Ich glaube, in einer anderen Werkbank oder so. Okay, dann werden wir nochmal... Werkbank. Dann hier. Die Blockwerkbank. Genau, dann können wir uns ein Haus bauen. Äh, Holz. Erstmal sehr viel Holz. Trinken und Essen sehen wir dann unten rechts. Ach, falsches Werkzeug. So, das war der erste Baum. Hier ist noch eine Blume. Nehmen wir doch alles mal mit. Okay, das war's schon. Viel Holz haben wir denn jetzt? Sechs Holz. War noch vier. Hm. Ziemlich wenig Holz. Hier sind noch Tomaten. Auch noch schöne Tomaten. Ist das Laub oder? Ach, Setzlinge. Ist ja auch interessant. Dann können wir ein paar mehr anpflanzen wieder. Hm. Es würde mich ja immer interessieren, wie schnell die wieder nachwachsen. Hier haben wir noch so einen Kopfsalat. Ähm. Zack. Okay, da haben wir ja schon noch ein paar. Ach ja. Okay. Es wäre natürlich gut, wenn sie schnell wachsen würden. Wenn wir auf jeden Fall hier noch Holz hacken. Oh. Okay. Ja, kommt schon her. Ich glaube jetzt haben wir gleich genug Holz, auch nicht zu nennen. So, zurück zur Base. So ein Schwein. Noch ein bisschen mehr Speck. So. Genau die Blockbank. Immer noch nicht genug. Okay, dann werden wir noch mehr Holz hacken. So. So. Ich glaube die Baumstumpfe kann man auch entfernen. So auch weg hacken. Ob man da was bekommt, das können wir mal gleich ausprobieren. So. Jetzt habe ich es kaputt gemacht glaube ich. Naja, egal. Aber kann man. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Weil das sieht ja dann so hässlich aus. Wasser lassen. Ähm. Obwohl können wir gleich mal mitmachen. noch mehr Tomaten. Oh, ich glaube ich muss doch was trinken irgendwie. hier. Ja. so. So. Also kann ja noch alles kommen. So. 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 Jetzt haben wir aber sehr viel Speck. Und wo wir was zu trinken finden. Das äh. Eigentlich so am Fluss oder so. Aber ob es hier ist. Moment. Körper verstecken. Immer noch nicht. Das kann doch nicht angehen. Boah, das dauert aber. Das dauert. Oder ist es das äh. Wenn wir das Holz jetzt. Ne. Kann ja nicht sein. Ne. Das. Wir müssen das erst äh. Machen. Was denn? Ne. Ich glaube äh. Wir können so Holz machen. Wie wir das vorhin gemacht haben. Äh. Rohstoffe. Holz. Genau. So. 40 erstellt. Gen. Ja. Perfekt. So. Erstellen. So. Dann packen wir die Bank doch gleich mal. Äh. Hier neben. Ah. So. Da können wir Stein. Steinblock. Erstellen. Eieiei. Hier gibt es aber ziemlich viel zu ähm. Machen. Aber ich würde mit Steinen anfangen. Und zwar. Für den Untergrund. Sollten wir normale Steine nehmen. Ziegelstein denke ich passt nicht so ganz. Obwohl der sieht auch nicht mal so schlecht aus. Oder sowas. Haben wir auch hier ne Hausma. Oh nice. Haben wir auch. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Dann nehmen wir das als Fundament. Würde ich so sagen. Okay. Zu viele. 27 hergestellt. Was ja halt dann blöd. Dann muss ich diese Sache ja wieder ab. Oh scheiße. Äh. Kann man das hier mit abbeißen wieder? So. Okay. Das ist nur das Problem. Wo setze ich das alles hin? Ich kann das ja noch extra glatten. Ja. Ah. Mit dieser Hake bestimmt. Moment mal kurz. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Werkzeuge. 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 Hilfsmittel. Nein. Werkzeuge. Im Himmel kann man Gras schneiden. Das ist mir klar. Boden. Ah. Nice. Okay. Äh. Hakenkorb. Äh. Da müssen wir. Ich glaube noch die andere Axt. Ach. Die andere Axt. Die andere Werkbank noch machen. Warte mal. Mhm. Was ist dafür? Wo war denn das nochmal? Werkbank. Hm. Ampel. Ampel. Genau. Oh. Dafür brauchen wir ein Eisel. Der ist ja auch blöd. Hm. Oder wir gehen. Oder wir machen uns paar Leitern und gehen erst mal nach unten. Können wir auch machen. Aber. Weil hier ist so ein Loch. Oder ich baue einfach das Haus schon mal etwas hin oder so. Hm. Das ist die Frage. Eisenbahre. 24 Eisenbahre. Okay. Dann. Wird ich mal so. Äh. Geopften. Allgemeines. Nicht. Ah. Hier. Licht. Brauchen wir auch. Haben wir jetzt 10 Stück. Genau. Wo war denn das? Ich glaub das war hier irgendwie. Rohstoffe. Holz. Ein Stück brauchen wir. Gott. Acht Stück. Guck. Und jetzt Leitern. Wo waren die denn? Schöne. Leiter. Achso. Hm. Würde ich mal so sagen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Die sind auf jeden Fall nicht gewachsen. Noch nicht. So. Erstmal hier noch. Den stumpfen entfernen. Dann. 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 so zurück ich muss jetzt das holz noch normales holz 16 stück sollten erst mal reichen ok können wir 2 bauen ich glaube dann sollten wir doch mehr holz machen also ok gut das sollte erst mal reichen leitern also viele brauche ich glaube ich auch nicht genau so perfekt jetzt können wir ab in die höhle gehen ziemlich heftig was sagt denn die andere höhle kommt man da besser ist auch ein guter rohstoff ich glaube das ist kupfer das benötigen wir ja auch irgendwann glaube ich zumindest ok ich muss unbedingt irgendwas trinken aber eigentlich sollte das ja auch mit essen aufgefüllt werden meint theoretisch oder ah nice es geht es geht ok dann haben wir jetzt kein problem mehr damit ok ist hier ziemlich viel kupfer ok 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 Das ist eine elendige, langweilige Arbeit hier, ein Bergwerk rumzukloppen. Aber das muss ja gemacht werden, hier ist noch was am Kupfer, genau und das war es dann auch am Kupfer, aber wir müssen ja trotzdem noch Metall suchen, weil ich jetzt noch keine Fackel habe, aber kann ich die nicht so auch machen, ne, ah doch, kann ich, habe ich aber schon erstellt, glaube ich, ja, zehn Stück, siehste, ähm, na, dann können wir das gucken, Metall, achso, das war Metall, okay, sieht doch komisch aus, aber trotzdem will ich das jetzt, oh, es geht sofort, es geht sofort, nice, das ist natürlich ziemlich gut, komme ich jetzt auch noch super raus, halte ich, will ich schwimmen, keine Ahnung, ach, jetzt, okay, hier sind noch ein paar Tomaten, ach, ein Gockel, na komm her, komm jetzt her, aber wir flüchten, nicht mit mir, wo habe ich jetzt gebaut, ach, da ist ja noch Tomaten, auch hier, Lümmchen, 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 jetzt, okay, das Muster, genau hier oben, oder, so, jetzt könnten wir eigentlich, äh, ja, äh, ich muss hier irgendwie schmelzen, oh, ich finde hier mal jetzt, oh ne, das war doch was und, was jetzt mit, was jetzt mit, Silbererz, Stein, Erde, siehste, doch, Kupfer, ich habe ja hier geguckt, kann ja gar nicht sein, okay, Silbererz, hm, aber das müssen wir auch irgendwie schmelzen, das muss man ja im Ofen irgendwie, oder sowas machen, oder kann man das jetzt auch so machen, ich weiß es nicht, probieren wir das ein wenig aus, alle, Rohstoffe, na, ja, wir können das hier nicht machen, aber es sollte ja auch hier gehen, ne, hier kann man auch nur, eins, mittel, tja, Schäden, Blaupause, Grill, Schmoker, Naja, das ist, das kann es nicht sein. Schäden, ne, da waren wir ja gerade. Ne, Alter. Hm. Das ist, jeden Fall, so bestimmt gleich so richtig einfach gemacht und ich finde es nicht. Hm. Vielleicht ist es ja auch hier drin, ne, ne, das kann ja nicht hier drin sein. Metall. Eisenbarer. Ja, das ist aber kein Eisenbar. Oh, Mensch. Hier ist schon wieder Nacht, wir werden mal hier reingehen und schlafen. So, neuer Tag. Immer noch nicht. Also, ich weiß immer noch nicht. Hier. Mann, diese, aber eigentlich im Ofen, so ein Brennofen. Hier, Schmelzofen. Ah, hier haben wir das. Oh mein Gott. Ich hab doch gesagt, es ist so einfach, bestimmt. Ja. So, wir bauen noch richtig viel Stein. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Und wir sehen uns im nächsten Video.